Sir? Sir, warten Sie bitte. Ja, ich rede mit Ihnen. Einen Moment bitte. Ihren Ausweis bitte. Ich habe nichts falsch gemacht. Sie sind bei Rot über die Straße. Und deswegen wollen Sie mich anzeigen? Ich rede noch nicht von der Anzeige. Dann zeige ich Ihnen gar nichts, Officer. Warten Sie bitte, Sir. Hey, stopp! Sofort! Anhalten! Was wollen Sie in diesem Viertel? Darauf erwarten Sie doch wohl keine Antwort. Nehmen Sie bitte Ihre Hände aus der Tasche. Sofort. Ich sagte, Ihre Hände sollen aus der Tasche raus. Jetzt! Können Sie keinen Ausweis vorlegen, Sir? Er hat doch gar nichts angestellt. Gehen Sie bitte weiter. Ich bitte alle von hier fern. Sie gehen bitte auf weg, Sir. Ich will doch bloß einen Ausweis sehen. Okay, Leute, danke. Weigern Sie sich für einen Ausweis vorzuzeigen, Sir? Haben Sie vielleicht keinen Ausweis? Sir, sind Sie ein illegaler Einwanderer? Das ist racial profiling. Ich bitte, Sie zurückzuteilen. Ich mache Sie fest. Sie haben kein Recht dazu, Ma'am. Sir, bitte halten Sie Abstand. Sie haben überlaupte Säge. Sie haben nicht kein Ausweis bei mir. Sie hanno überlaupte Säge.